hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu oxygen not included im cycle 22 und wir haben noch nicht allzu viel gemacht also so großartig sieht unser base noch nicht aus aber wir sind halt gut dabei was mich ein bisschen stört ist dass diese hedges meine ganzen sachen auffressen deswegen deswegen werde ich die jetzt erstmal nach nach mal kurz mit eliminieren die produzieren zwar kohle aber ich habe jetzt noch keine kohle generator und wir sind die ressourcen die sie halt fressen dann doch ein bisschen wichtiger und der stört jetzt erstmal nicht der kann ja die kohle ja ruhig produzieren aber sie hier haben weil das blöde ist halt wenn die den sand fressen den wir nachher dann auch benötigen für den water porphyria das ist halt schon ein bisschen blöd wo ist denn eigentlich wo finde ich denn war mit diesem metall mineral sandstone sediment clay granit liquid dürte place sand haben wir noch gar nicht oder was ups finde ich irgendwo nirgendwo doch hier warte mal okay doch sand haben wir doch genug erst mal wie weit ist denn der mit der forschung bald fertig bald können wir die batterie mal austauschen und dann können wir den dann können wir den dings bauen den kohle generator und den hydrogen generator was wir jetzt aber schon mal machen können ist dass wir den elektrolyser installieren warte mal die biodestellery converts slime into algae drops algae every 10 kilo so da machen wir nämlich folgendes wir bauen jetzt hier oben ja warte mal das muss erstmal wegticken hier das kann ich nicht planen ja nehmen wir das erstmal weg hier bis hierher so weil ich will jetzt ja anfangen schon mal dieses dach zu bauen das war dann halt quasi hier das war das links erzeugen die luft so was haben wir denn hier wir haben sind sandstone 10.000 dann machen wir das alles aus sandstein vielleicht könnte ich mal noch moment warte mal essen okay power power ist fertig gut da können wir uns später drum ich möchte aber erstmal noch mal mal food die food boxen hinstellen da können wir eigentlich zwei hier hin bauen und dann hier noch welche halt die bessere batterie stellen wir hier hin die bessere batterie da hin und die wird dann gleich noch mit einem kabel verbunden dann können wir nämlich die lassen wir euch noch stehen die stört ja nicht so aber jetzt können wir erstmal planen pass mal auf hier kommt eine tür rein 1 2 3 4 hier machen wir auch noch eine tür rein halt oh das sind jetzt 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 3, 3, 3, 3, 3, 3. Können wir erstmal so lassen, würde ich sagen. Muss jetzt nicht allzu hoch sein. Manual Airlock, Manual Airlock. Da müssen wir eine Leiter hier hinbauen. Vielleicht, ich würde sowieso sagen, dass wir die dann halt entsprechend dann abbauen wieder müssen. Oder dass wir die dann später wieder abbauen müssen. Dicken, 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 Dicken. Priorität, von dem setzen wir auch gleich noch hoch. 39.000 Kalorien. Das passt. Hier stinkt irgendwas. Pullet Dirt. Das können wir ja mal abholen lassen. Achso. Ich würde generell sowieso dann sagen, dass wir hier noch die Leiter hochbauen. Dann kommen wir nämlich auch an das Metall hier ran. Catalina wird jetzt erstmal massiert. Okay, sind alle fleißig. Das ist super. Das ist wunderbar. Das werden wir dann später da auch noch weg, Dicken. Damit wir sozusagen dann die zwei Becken haben, die wir brauchen. Die Leiter stelle ich mir dann hier noch hin, weil, damit sie dann hier hochkommen, zum Abbauen, die nehmen wir dann wieder weg. So, was ist denn jetzt mit Devin? Warum? Achso, warte mal. Okay, gut. Naja, die sind sowieso erstmal alle beschäftigt hier. Ähm, deswegen, lassen wir die erstmal. Jetzt kriegt Linzer ihre Abreibung. Ach ja, Priorität. Doch mal noch mit hochsetzen hier. Und ich nehme mal noch einen Schluck vom Kaltgetränk. Prost. Ah, leckere Mate. Was wir auch gleich mit machen können, sind, äh, folgendes. Hier rein rein. Hier so. Und dann vielleicht hier und da. Dann werden wir nämlich diese, äh, Algen, ähm, Generatoren wegschmeißen. So, hier kommt keiner rein, oder was? Unreachable, okay. Zack. So, Idle. Was ist Idle? Wer ist Idle? Devin. Devin hat nichts zu tun, oder was? Achso. Ach ja. Und Hassan hat auch nichts zu tun. Warte mal. Ähm, die Zweier. Die Zweier. Da müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Ähm, ähm, Devin ist ja derjenige, der hier sozusagen die, äh, das, äh, erforscht. Und Hassan hat auch nichts zu tun. Der kocht eigentlich. Der kann aber auch mal Power generieren. Nebenbei. Und da kann nämlich Devin weiterforschen. So, jetzt haben wir Kohle. Äh, äh, 13.000, äh, 13.000 Cola. Okay, warte mal, jetzt. Jetzt haben wir es gerade hingebaut und, äh, können wir gleich wieder dekonstruieren. So, das ist unreachable. Das ist auch unreachable. Das heißt, dekonstruieren. Und dann noch kurz eine Leiter hier hinbauen. Das reicht ja, glaube ich, wenn der hier und hier dann die Priorität nochmal hochsetzen, dass wir dann oben rankommen. Da, da, da hochsetzen. Wir werden auf jeden Fall viel, viel mehr Power brauchen. Das heißt, ähm, es ist schon gut, dass der jetzt hier die, äh, Dings erforscht. Die, den Kohlegenerator. So, den werden wir brauchen. Wie gesagt, da werden wir aber dann hier in diese Richtung, ähm, in diese Richtung vielleicht. Wobei, hier ist es, doch, hier ist es kalt. Hier ist es kalt. Hier reinbauen, ne? Oder bauen wir den Kohlegenerator hier rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Dekonstruieren. Zack. Mal gucken, ob die da rankommen überhaupt. Ansonsten müssen wir hier noch so einen Gang, Gang, äh, bauen. Das reicht ja erstmal bis hierher, weil der Rest ist ja hier geschlossen. Das können wir später dann noch ändern. So, Research Task Selected. Okay, gut. Dann lasst uns gleich mal weiter forschen. Und zwar, ähm, Temperature Modulation. Mal Laboratory, Air Deodorizer und Shower. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein Stresslevel von zwölf. Catalina. Die wird erstmal wieder da hochgeschickt. Und Joshua wird auch nochmal hochgeschickt. So, und dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Die Wasserpumpe finde ich hier. Äh, Liquid Pipe. Äh, ist der Filter. Gas Filter. Gas Pipe. Liquid Pipe. Die stellen wir hier rein. Also wir müssen erstmal hier eine bauen. Hier so. So. Das hat auch schon wieder ein bisschen abgenommen. Das heißt, wir müssen das Wasser später, äh, das Wasser dann noch mit oben reinpumpen. Das hier auch noch mit reinpumpen. Und dann hier quasi, ähm, den Water Perfiller und dann da reinpumpen. Okay, ähm. Oxygen. Da brauchen wir den, äh, Electrolyzer. Da würde ich nämlich sagen, stellen wir einen hier hin. Ich weiß ja gar nicht, ob das schlimm ist, wenn das hier drüben steht. Einen hier hin. Und vielleicht einen hier hin. Die brauchen halt Wasser, ne? Müssen wir dann noch mit Wasser verbinden. Und dann, äh, wird das hier hin. hier ist nämlich die luft auch schon wieder verbraucht wie man sieht die kommt halt von hier oben hier rein und wir brauchen halt mehr druck in der base deswegen kollegens jetzt macht mal hier macht mal hier das hier weg die sollen halt die können ja dann hier drauf springen und dort halt weiterbauen priorität ist nämlich hier auch auf neun so wollte ich das genau den anderen rest kann man dann von hier oben dann weiter bauen je nachdem also brauchen wir jetzt jetzt aktuell vielleicht noch nicht ist es erstmal wichtig dass das wieder geschlossen wird algen 39 kilo jetzt haben wir nämlich keine algen mehr und das ist nämlich unser problem wir müssen halt das jetzt fertig bauen schnell also die verbrauchen zwar wasser aber es ist jetzt nicht allzu viel wasser was sie genötigen maximal power zwei kilowatt maximal 1000 watt ich baue die großen kabel so so und verbinde man hierher konnte ich das eigentlich auswählen ja doch das wasser das muss dann halt also auch noch in die pumpe rein auch von der pumpe geholt werden das heißt das war noch fertig bauen dann würde ich sagen die wasserpumpe sozusagen dann warte mal liquid pipe hier liquid pipe was haben wir denn da hier ist genug davon übrig können wir ja hier wollen wir das so bauen dass die ja ne so zack 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 ist das jetzt verbunden hier ja hätten vielleicht die priorität erhöhen sollen so das ding ist fertig gebaut da brauchen wir noch strom da können wir ein kleines kabel nehmen und das können wir ja auch hier lang bauen und schließen das hier mit an und das hier oben würde ich aber gerne noch fertig bauen mensch die sollen das mal hier das ist doch schon auf 9 warum machen die das eigentlich hier ok was wir haben sind 20% hier ist jemand und Lindsay hat Stress dann müssen wir gleich mal gucken wie weit der runter geht wenn die jetzt hier schlafen 19 ist halt so ne dass wir dann halt wenn wir die halt überfordern sozusagen mit zu vielen Aufgaben dann steigt natürlich der Stresslevel gut Lindsay kriegt man noch eine Massage genau wie Hassan Hassan der ist bei 12% Hassan und dann reicht es erst mal mit Jobs die halt auf 9 laufen und ich würde sagen wir sind auch schon wieder am Ende der Folge das heißt ich werde jetzt hier erst mal Schluss machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal macht's gut bei es dahin und ja weiterspielen tschüss klop sca expected bis bis wie AfD bis 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 ich Vielen Dank.